Seekrauts Ich habe hier in den Hafen gestellt, wir haben die selber gekauft, also mit eigenem Geld und so weiter, nichts von Wargaming irgendwie geschenkt oder sonst was, das möchte ich nur vorweg sagen, das ist also quasi authentisch, Zufallsprinzip aller Wargaming, gucken wir uns jetzt einfach mal an, was da so drin ist, ich habe hier zwar eine Zahl von 56 stehen, das sind aber ganz normale Sammelcontainer, davon, ja, sind wir dann nachher bei 41, dann weiß ich, dann habe ich alle durch, so, fangen wir an. Ich persönlich rechne mir nicht davon aus, dass ich irgendeinen Plan bekomme, ich mache das eigentlich nur wegen dieser französischen Token, weil ich den französischen Kapitän schneller haben möchte, um den euch zu zeigen, ja, die Sammlung wird natürlich auch ein bisschen, jetzt ist schon mal gefüllt mit 15 Gegenständen, ich hoffe, ich kann wenig Doppelte, aber den Rest, den kann man ja dann, ja, de Grasse, coole Sache, habe ich zwar schon, aber dann kriege ich die Ingame Credits und den Kapitän und den Hafenslot davon, sehr gut, vielen Dank. Die Sonderflaggen kann man sowieso immer gut gebrauchen, gerade wenn man Sachen mal schnell hochspielt, um sie euch dann zu zeigen und so eine Sachen, das ist immer eine angenehme Sache. Also roter Drache und da haben wir nochmal wieder diese Marken, davon kriege ich ja dann einige. Also 1800 müsste ich am Ende haben, dann fehlen mir noch 300, das kriegen wir dann über die Direktiven hin, das ist richtig cool. Und dann kann ich euch den Kapitän möglicherweise nachher schon im Livestream, ja, schnellstmöglich dann halt zeigen. So, hier haben wir dann auch wieder noch kein Duplikat gehabt für die Sammlung, richtig geil. Ja, da auch nicht und hier haben wir wieder meinen Drache, den finde ich richtig geil, gerade die Kapitänsep, 333% ist eine der Flaggen, die ich am meisten benutze. Aber richtig gut schon mal gleich ein paar Credits mitgenommen und jetzt hier die französische Riviera-Tarnung. Keine besonderen Werte. Da gab es schon, ja, Tarnungen, die besser waren, die so mehr oder weniger in den Containern da drin rumhockten. Und hier haben wir dann Leviathan mit dabei. Ja, wie gesagt, meine Hauptmotivation ist einfach, um euch ein bisschen vermitteln zu können, wie häufig die Droprate ist. Jetzt haben wir hier die Egle, also die beiden T6-Schiffe haben wir schon mal bekommen, haben wir beide schon. Ja, also ich habe kein einziges Schiff, was da jetzt in den Container drin ist, habe ich nicht. Also ich habe alle vier, das wollte ich damit sagen. Und deswegen haut mich das jetzt nicht vom Hockerseil jetzt einfach mal. Ist halt nur cool, dass man die Credits dafür bekommt. Keine Dublonen, das ist ein bisschen schade. Das hätte ich natürlich gerne, wenn man dafür Dublonen kriegen würde. Das wäre richtig krass und würde mir natürlich ordentlich helfen. Aber gut, immerhin zwei Schiffe. Wir haben hier 15 Container. Die Summe des Geldes, eine Investition von 58 Euro knapp. Die Degrasse, ich glaube, die kostet ja ungefähr 25. Die Egle 20, also 45 plus das, was man hier hat, dann gut. Ist natürlich eigentlich umsonst gerechnet, weil man eben in Anführungsstrichen nur die Credits dafür bekommt. So, Baselist, dann nochmal ein paar. Jep, geht weiter. Mal gucken, ob noch ein dritter Plan drin ist. Das wäre dann das Le Terrible oder die Gascon. Schade, dass ich so viel Glück nicht in der vorigen Variante hatte, wo es Forschungsschiffe gab. Die wollte ich eigentlich eher haben, als diese Premium-Schiffe. Aber gut, man kann nicht alles haben. Und hier macht so seine Sachen hier. So, 41 Container. Eigentlich müsste ich jetzt durch sein mit den Franzosen-Containern. Ich klicke jetzt sicher jetzt einmal rauf. Jetzt mache ich eine Signalklage, Standard-Container aufkriege, da noch ein bisschen Kohle für. Das war es. Ja, das waren 15 französische Container. Wir haben zwei Pläne mitgenommen. Jede Menge Marken. Ich gucke jetzt mal in die Waffenkammer. Müssten wir jetzt, wenn ich alles richtig gemacht habe, richtig gerechnet habe, 1.800. Und ja, 2.100 kostet der. 200 Marken werde ich bekommen, wenn ich mit der Le Terrible 15.000 EP verdiene. Ja, das sind dann also schon bei 2.000. Und die anderen Marken, die mache ich dann eben mit der ersten Direktive oder mit den Aufträgen. Da sind ja überall diese Marken dabei. Kann man dann hier nochmal kurz zeigen. Ja, hier ist die Verteidigung der Ehre. Da gibt es schon wieder 200 Marken. Und dann gibt es hier immer jeweils 15 für jede Aufgabe mit Treffer einer Zitadelle. 1.000 Mark Feuer der Hauptbatterie. Das geht also schnell mit einer Minotaur oder irgendwie sowas. Ist ja auch wieder, wenn ich mich nicht täusche, alles im Koop machbar. Koop, Koop, Koop. Da steht da überall mit drin. Gewinnen sie sieben Gefechte. Also, das ist relativ easy. Und dann ist der Franzosenkapitän schon meiner. Ja, das war es vom Kistenöffnen. Ich hoffe, euch hat ein bisschen Spaß gemacht. Ihr konntet einen Eindruck gewinnen, wie häufig die Droprate ist. Aufgezeichnet habe ich das am 22. August. Also direkt am Erscheinungstag dieses Updates. Nur zum Protokoll. Ich danke für eure Zeit. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream. Nachher hier am Donnerstag am 22. oder dann am Samstag, eben am 24. 8. um 20.15 Uhr jeweils. Bis dahin, euer Sigrods Team, euer Andi. Ciao, ciao. Bis dahin, euer Sigrods Team.